Liberalität ist die Skepsis gegenüber jeder Form von Machtkonzentration, sei es die ökonomische Macht oder sei es die politische Macht. Die Ordnung des Grundgesetzes ist offen für alle unter der Bedingung, dass man den Geist des Grundgesetzes auch mitträgt. Insbesondere ist Religion keine Ausrede für Rückschlüsse. Jeder Einzelne hat Respekt für sein Leben und seinen Lebensentwurf verdient. Und dass mehr Menschen bessere Chancen haben, ihre eigenen guten Lebensgeschichten schreiben zu können, das ist der Zweck liberaler Politik. Deshalb tun wir, was wir tun. Es ist ganz vieles hängen geblieben. Vor allem natürlich, dass Christian Lindner jetzt keinen Wahlkampf hier gemacht hat, sondern einfach mal sich auf die Werte des Liberalismus und der Freiheit besonnen hat und das ganz gut beschrieben hat. Bei mir ist hängen geblieben, dass ich die Rede sehr gerne nachlesen würde, um alles nochmal zu vertiefen.